Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video und zwar werden wir uns heute VRA etwas genauer angucken. Wer den Kanal schon etwas länger verfolgt, wir sind da schon eingestiegen, wurde sich jetzt gestern unter den Videos, sage ich mal, sehr, sehr oft gewünscht. Deswegen heute kurzes Update dazu. Wenn ihr natürlich auch irgendwelche Altkommensche habt, schreibt sie unten jetzt gerne in die Kommentare rein. Einerseits, um den Algo natürlich zu pushen, andererseits natürlich, weil ich auf eure Wünsche eingehen möchte und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen. Wenn ihr Bock auf Updates habt und Trades, gerne dort reinjoinen und natürlich gibt es dann auch immer mal wieder Signale dazu. Gut, und jetzt würde ich aber sagen, genug rumgelabert, wir fangen an mit der VRA-Analyse. Momentan traden wir bei ungefähr 0,008 US-Dollar-Cent. Wir sind bereits hier investiert, seit wir hier unten waren, bei den 0,025 US-Dollar-Cent. Das ist diese grüne Box. Das habe ich damit gemeint, wir haben mich schon länger verfolgt. Diesen Coin hatten wir schon mal im Blick, haben auch hier eine große Nachkaufzone gehabt, beziehungsweise eine Investitionszone. Seitdem, ich gehe jetzt mal von der Oberkante hier, ist der Coin mittlerweile 217% im Plus. Das heißt, wir haben auch hier unsere Einlagen bereits rausgetan, laufen jetzt hier nur noch Gewinne. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht die Reise nach oben hin weiter? Wir haben momentan einen sehr großen Metaverse und AI-Hype, natürlich durch JetGPT ausgelöst. Aber auch hier sehen wir einen schönen steilen Anstieg. Das Volumen gefällt mir auch noch sehr gut. Dieses High hier oben wurde mit sehr, sehr viel Volumen gebildet und natürlich auch sehr viel Short-Volumen. Das heißt, hier momentan einen 4-Stunden-Chart reinzuschorten, würde ich einfach momentan nicht empfehlen. Auch nicht nach so einem steilen Anstieg. Natürlich haben wir eine Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Natürlich geht langsam aber sicher dieses Volumen raus. Trotzdem kann ich mir noch so einen minimalen Lag-Up nach oben hin hier in diesem Bereich der 0,0088 US-Dollar-Cent vorstellen, um die Liquidität abzugreifen. Und dann wird es interessant, hält hier dieser Bereich um 0,69. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Falls nicht, nächster Step 0,55 und dann größere Korrektur. Warum? Wir uns das jetzt mal mit den kleineren Timemaps angucken. Einerseits hier mal kurz das Golden Pocket ziehen. Da wäre so dieser erste Bereich, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben und übergeordnet, das schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz an, wäre das übergeordnete Golden Pocket hier in diesem Bereich eben bei den 0,47 US-Dollar-Cent. Passt auch ganz gut. Wir hatten hier ein bisschen Widerstand. Dann eben dieser enorme Push. Push ändert meines Erachtens nach ein bisschen, wer den Bitcoin-Chart im Blick hat, ein bisschen den Bitcoin-Chart mit höheren Hochs, höheren Tiefs. Also der Up-Trend ist auf jeden Fall noch voll in Gange. Wichtig war auch, und da blicken wir jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, wenn ihr das hier seht. Wir sind aus unserem übergeordneten Falling-Vetch nach oben hin impulsiv ausgebrochen. Also sehr, sehr schönes Breakout hier. Man sieht es auch mit dem Volumen. Sehr, sehr schön. Sowas stellen wir uns vor. Wir haben, und jetzt kommt eben dieses kleine Aber, aber noch kein höheres Hoch erreicht. Und warum kein höheres Hoch? Wir gehen hier drüben nach diesem Wig. Klar, der Wig wurde rausgenommen, aber was den Close anbelangt, hier oben bei den 0,85, eben noch nicht. Und das ist immer noch so ein bisschen dieses kleine, aber auch wiederum große Aber, warum wir noch nicht ganz aus dem Gröbsten raus sein könnten. Volumen spricht dafür. Okay, schönes Breakout. Trotzdem würde ich gerne diesen Bereich hier unten. Und da hatten wir auch in der Vergangenheit eben hier eine Menge Widerstand bzw. Support. Hier dieser Bereich genau ums Golden Pocket. Man sieht es hier schöner. Mehrmals Support angetestet. Hier auch nochmal. Und dann war es eben mehrmals Widerstand. Und genau hier am Golden Pocket liegt auch unsere Falling Wedge Trendlinie. Das heißt, hier ein schöner Retest. Zwar nicht genau auf der Linie, aber auf Höhe dieser Linie. Und das ist das Entscheidende bei so einem Falling Wedge oder passiert des Öfteren immer wieder, wer das ein bisschen beobachtet, dass wir eben hier diesen Retest bekommen. Deswegen für mich längerfristig wäre hier nochmal eine Chance zu akkumulieren. Je nachdem, wie die Reaktion ist und natürlich auch wie der Gesamtmarkt ist. Natürlich, wenn Bitcoin einfach komplett ins Bodenlose crasht, bringt es uns alles nicht. Aber für eine schöne Aufwärtsstruktur wäre hier wirklich dieser Impuls bei der 0,47 perfekt. Hier ein bisschen rumkonsolidieren und dann eben dieses nächste Leg Up nach oben und dann aber auch mit höherem Hoch und dann den Trend nach oben hin fortsetzen. Und dann können wir hier locker noch in diesen Bereichen oben der 0,17 US-Dollar-Cent hochkommen. Also wir zeichnen das mal ganz kurz ein. Das wäre hier der nächste Widerstand, beziehungsweise wenn wir hier ein bisschen nach der Ineffizienz gehen, dieser Bereich hier um die 0,015 oder 0,017. Das sind die nächsten Zonen, die meines Erachtens nach sehr, sehr gut angelaufen werden könnten. Wenn wir uns das Potenzial vom jetzigen Stand anschauen, wären das nochmal 90 bis 116 Prozent. Also Potenzial bei VRA ist da, auch weil wir hier immer noch von einem Low Cap sprechen meines Erachtens nach. Also unter 100 Millionen spreche ich immer noch ein bisschen von Low Cap. Klar, es ist nicht dieser 3, 4 Millionen Low Cap. Aber 83 Millionen haben wir auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial nach oben hin zu steigen. Chart-technisch, wie gesagt, würde ich jetzt momentan nach jetzigen Stand, nach so einem impulsiven Anstieg, erst einmal nicht mehr reinkaufen. Wer sowieso schon drin ist, nehmt die Profite mit. Wir haben schon die ersten Profite genommen und dann nochmal reinvest, würde ich sagen, hier in dieser Zone. Aber dann kommt es auch wirklich darauf an, wie halten wir uns in der Zone. Sollten wir da ohne Probleme durchbrechen, ist das nächste Ziel hier unten, das 0,786er dieser Bereich um 0,035 bis 0,032. Aber da, wie gesagt, denke ich mal, das werden wir in den nächsten Wochen zumindest noch nicht sehen. Aber dieses höhere Tief wäre, um die ganze Struktur ins Bullische wirklich endgültig zu flippen, extrem wichtig. Und dann ein High-A-High. Und dann herzlich willkommen im Bullrun bei VRA. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt noch, was Altkons anbelangt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen und wie immer gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Das war es von mir, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.